Kürbisse, Kohlrabi, Äpfel, Brotlaibe und Sonnenblumen am Altar. Heute in einer Woche wird Erntedankfest gefeiert und traditionell sind die Altäre mit Obst und Gemüse, mit Getreide und Blumen geschmückt. Vielleicht mögen Sie den Erntedankbrauch genauso gern wie ich und freuen sich schon darauf, den geschmückten Altar zu bewundern. Schon immer war es den Menschen ein Bedürfnis, Gott für die Gaben der Natur zu danken. Und gerade in einer Zeit, in der wir endlich merken, wie schützenswert die Natur ist und wie wenig wir oft auf sie achten, ist mir das Erntedankfest enorm wichtig. Wir erinnern uns daran, dass die Möhren, die Kartoffeln und das Brot, das wir kaufen, für uns da sind, weil jemand geerntet hat und vorher gesät, gehegt und gepflegt. Und diese Lebensmittel schenkt uns Gott. Dafür danken wir. Und darüber hinaus können wir für weitere Schätze dankbar sein, die wir ernten dürfen. Sie kennen vielleicht die kleine Maus Frederick aus dem berühmten Kinderbuch. Frederick sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter. Und das sind seine Vorräte für die kalten, grauen und langen Wintertage. Frederick weiß, wir leben nicht vom Brot allein. Ein Lächeln, ein netter Satz, ein aufmunterndes Gespräch, eine gute Begegnung, ein schöner Moment mit dem Hund im Wald. Auch das sind Vorräte, die wir uns bewusst machen und für die wir dankbar sein können. Rund um das Erntedankfest nächsten Sonntag und natürlich das ganze Jahr. Viel Freude bei der Ernte und beim Bestaunen Ihrer Vorräte. Einen schönen Sonntag, Ihre Susanne Becker-Huberti.